So, moin moin und zurück. Sicherung ist drin und wir gehen jetzt hier rein und machen direkt weiter. Direkt weiter vom letzten Video. Lass uns mal hier reingehen und gucken, wie es weitergeht. Wir brauchen jetzt noch eine zweite Sicherung, um hinten das andere Tor aufzumachen. Hier ist zum Spiel auch schon wieder, wenn wir auch wieder eine Sicherung haben. Also, hier ist nass, hier ist Strom, hier ist Kabel, hier ist, oh, da ist der Todestrakt, würde ich sagen. The Green Mile, wie man sieht. Komm, da musst du mir mal hier rüber helfen. Äh, ist das eine Kuppe oder steht da jemand? Okay. Kann nicht, okay, jetzt ist es eng. Die Kuppe kann nur im Dunkeln gehen. Anstrahlen. Alter. Gut zu wissen, das hat man natürlich nur erkannt dadurch, dass man den Schalter gedrückt hat. Echt clever gemacht, muss ich zugeben. Okay, bewegt die Kuppe sich auch? Ich hätte gedacht, dass man oben rein soll, aber das soll man da nicht. Okay, hier gibt es wahrscheinlich noch mehr Kuppen. Bisschen eklig ist das schon, das Ganze. Und durch. Kommen die auf. Kann ich auch nicht hochheben. Wir müssen da dran vorbei. Und ich glaube, eine von denen ist garantiert lebendig. Oder auch nicht. Oh. Oh. Da stehen überall diese ekligen Puppen rum, ey. Ist schon ein bisschen widerlich, oder? Man weiß auch nicht, welche sich gleich bewegt und welche sich nicht bewegt. Garantiert, dass hier eine bewegen ist. Oh Gott, ist das eklig, oder? Oh Gott, ist das eklig, oder? Bleib mal schön stehen, ihr Schwachmaten. Lasst mich mal schön in Ruhe. Okay. Kann man da hochgehen? Okay. Kann man da hochgehen? Puh. Das ist schon bestimmt eklig, ne? Bisschen Puppen. Also das ist echt eklig, aber das ist einfach nur eklig. Nein. Was machst du denn da? Wieder hoch. Noch mal. Hoch. Und dann da rein. Äh? Komm ich da nicht rein? Da muss ich doch reinkommen, oder nicht? Das war komisch, ich dachte gerade, ich komme da nicht rein. Aber es klappte. Okay. Das ist ein alter Käse, den wir mal mit. Ja. Das ist jetzt ein kleiner Essluck, den wir mal mit dem Käse haben. Ich dachte, die erwischt mich nicht. Mist. Na ja. Die kann ich nicht aufhalten mit dem. Dann müssen wir vielleicht ein bisschen laufen gleich. Wie dumm war das denn bitte sehr. Dumm, dumm, dummödi du. Hm. Ich könnte jetzt wachen. Nein, mach das Licht doch an. Mach das Licht doch an. Ach man. Warum müssen wir schon lange das Licht an und auszumachen? Ist doch nur ein Schalter. Oh, ätzend. Ist doch nur ein Lichtschalter, den du drücken musst. Mehr nicht. Braucht ewig, um das anzumachen. Ey, ist ja ätzend. Hm. Gleich mal an das Licht. Oh, das gibt's doch gar nicht. So dicht kann auch gar nicht aneinander gelaufen sein jetzt. Ach Quatsch. Was sehen die denn da, ey? Oh Mann, ich kann das überhaupt nicht abschätzen. Ich hab überhaupt in diesen... Kommt sofort, wie ich in die Tiefe gar nicht gucken kann, richtig. Was ist das denn? Fuck. Mal nochmal das Ganze. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Nein, nein, das ist nicht euer Ernst, ey. Ganz im Ernst. Das ist doch zum Kotzen. Den ganzen Weg da wieder laufen, ey. Wenn ich da irgendwie ein Savepoint sein kann, wäre es cool gewesen. Ich bin froh, dass hier das Licht an ist. Oh, hier liegt Seife. Ich versäufe ihn da nach Bücken. Und halt. Nein. Ich würde es ein Stück Seife da oben gegenwerfen. Okay, hier ist wieder einer, der irgendwie leicht verstört aussieht und gestorben ist. Hier waren wir doch schon. Ach so, da haben wir... Okay. Da waren wir schon. Irgendwas hier übersehen. Das hier aufmachen, das Gitter? Nee. Okay, ich lächle jetzt nochmal an. Sollen wir wahrscheinlich auch. Türen wir auf. Hast du den Schieben hier? Nee. Doch. Ah, okay. Warte, ich habe eine Idee. Dann machen wir das Licht aus und dann steht dieser Typ auf und dann rollen wir den runter und dann machen wir das Licht hier drin wieder an. Das wäre eine super Idee. Pass auf. Nein. Ich habe daneben gesprungen. Oh Mann, ey. So nochmal, das Ganze. Ach nee. Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal hier... Okay. Dann brauchen wir erstmal Strom dafür. Dann können die auch ein bisschen mit der Tasche dann mit Schach halten. Die auch. Das war knapp. Behaupte ich mal. Aber jetzt können wir wahrscheinlich diesen... Ähm... Den Rollstuhl rollen. Wo wir ihn hinhaben wollen. Nicht zur Türöffnung da. Lust. Ja. Das sind schon lustige Einfälle, die sie hier haben. Hä? Ach so. Aus. Oh, okay. Das waren zu viele. Gibt es doch eigentlich gar nicht, oder? Können wir durchschleichen eigentlich? Ich finde, keiner bewegt. Gibt es auch? Okay. Okay. Das ist auch blöd. Hm. Oh, Mann. Das ist... Wie soll man sich... Da muss man ja... Das ist ja verrückt. Wie soll man das denn schaffen? Oh, der bewegt sich auch noch. Eigentlich bewegen sich ja alle da drin. Alle. Da ist gar keiner, der stillsteht da. Das ist das ewiglichste Haus überhaupt. Muss ich mir leicht sagen jetzt. Oh, Mann. Ist hier keine Lichtschale, die ich anmachen kann? Das wäre einfacher. Ist ja eigentlich ganz okay, aber... ... Untertitelung. BR 2018 Das hat aber auch gedauert, ne? Ich werde schon mal die Mensch ranwerfen, aber... Ah, so eine Sicherung, die wir brauchen. So, die zweite auf jeden Fall. Können wir hier oben reinhelfen? Perfekt. Und wenn du das hier reinsteckst, dann komme ich auch raus. Wahrscheinlich. Können wir die wieder mitnehmen, leider? Die brauchen wir. Komm mit. Das war ein Akt. Gerade. Genau, ne Dumm, die ein, zwei, die Sicherung mit. So, sogar automatisch. Wie ist das denn? Perfekt. So, jetzt fahren wir runter. Aber ich glaube, wir haben es für heute auch wieder geschafft. Und mal sehen, was jetzt passiert. Aber das wäre, glaube ich, jetzt schon mal das Ende. Für diese Folge. Ich glaube, wir können mal gucken, was wir hier noch etwas machen müssen. Dann stand ich hinter ihr. Ihn. Cool. Gut. Hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss. 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 Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.